In diesem Video erfährst du meinen Profi-Tipp. Das ist ein sehr spezieller Trip, vielleicht auch nicht für alle anwendbar, aber dem kannst du, wenn du es beherrschst, nochmal richtig deinen Kaufpreis boosten. Lass mein Abo da, dann erfährst du vielleicht noch mehr Tipps für diesen und bleib ein bisschen gerne dran, damit du auch alles soweit verstanden hast und soweit umsetzen kannst. Wenn du Fragen hast, wenn irgendwas offen ist und ein Kommentarfeld einfach benutzen, ich lese sie alle persönlich und schreibe dir dann darauf zurück. Wenn du also Fragen hast, gerne kommentieren. Wir haben jetzt Immobilie inseriert, wir haben Besichtigung durchgeführt, wir haben jetzt Kaufpreisgebote. Und in der Regel hast du heutzutage nicht nur ein Gebot, du hast in der Regel mehrere Gebote. Jetzt ist mal die Frage, was machst du damit? Mein Zauberwort heißt Gebotsverfahren. Das heißt, du gehst hin und sagst, pass auf, lieber Bieter oder lieber Kunde, Fastkunde. Zunächst einmal brauche ich von dir eine Finanzierungsbestätigung, also einen Nachweis dafür, dass du das Kapital auch kriegst. Achte darauf, dass es nur für dein Objekt ist. Das heißt also, es muss auf jeden Fall eine Bestätigung sein, wo drin steht, dass es für diese Immobilie, für diesen Kaufpreis finanziert wird und nicht vorbehaltlich irgendwelche anderen Zusagen und irgendwelche Sachen, die auch erfüllt werden müssen. Weil erst dann kannst du sicher sein, dass das Geld auch kommen wird. Das gehst du bei allen durch. Eventuell lässt du noch den Einkapital nochmal als Nachweis geben, vielleicht Kontoauszug oder wer auch immer das einbringen möchte, einen Depotauszug, dass er das einfach erfüllen kann. Dann bist du auf jeden Fall schon mal safe, dass es auch Kunden sind, die auch das Geld aufbringen oder finanziert kriegen. Und jetzt sagst du, lieber Interessent, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich habe jetzt nicht nur dein Gebot, was ich mir sehr gut finde. Ich habe jetzt noch drei andere. Und diese sind so und so und so. Was machen wir jetzt? Letztendlich geht es darauf hinaus, dass du das Maximalgebot abfragen musst. Das heißt, du musst möglichst nett, aber bestimmt, musst ihn mal bringen, dass er sein Höchstgebot jetzt abgeben mag und dass du das dann jetzt bei allen machst und sich danach entscheiden wirst und danach zurückmeldest. Das musst du möglichst geschickt machen. Es gibt dafür, wir haben eine Software dafür zum Beispiel, dass es macht. Das heißt, das Ganze läuft dann sehr automatisiert und sehr, sehr einfach an. Im persönlichen Gespräch kann das sein, dass die Leute vielleicht das komisch finden oder nicht ganz gut finden werden, weil sie halt eventuell mehr zahlen müssen, als sie wollten. Aber vergiss nicht, du hast Immobilie, du hast den Stoff, den die haben wollen. Das heißt, du bestimmst die Regeln. In dem Fall kann es sein, dass vielleicht ein oder zwei umkippen, dass sie dann automatisch ihr Gebot zurückziehen. Das kann durchaus passieren, aber denk einfach daran, wenn du dadurch 5.000 Euro mehr rausholen kannst, sind das 5.000 Euro reiner mehr verdient, sondern mehr gewinnen. Von daher kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist ja auch der Profitipp, den ich da gebe. Gebotserfahren sollst du dich damit beschäftigen und für einiges über Bindungsgespräche zu führen. Aber denk dran, es wird hoch vergütet, hoch honoriert. Das ist auf jeden Fall mein Tipp, den ich dir auf jeden Fall noch ans Herz legen möchte, wenn du selber verkaufen möchtest. Ja, ich hoffe, dir hat diese kleine Serie gefallen und vor allem, du hast dadurch viele Tipps gekriegt, die du vielleicht vorher nicht oder nicht in der Tiefe oder Breite gekannt hattest. Wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare rein. Wenn du welche Anregungen hast, ebenso. Ansonsten, wenn ich noch weiterhelfen kann, melde dich gerne bei mir. Ansonsten, du weißt genau, wie die Währung hier im Internet ist. Teilen, liken und abonnieren. Bis bald. Teilen, liken und abonnieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017